Hardenet Glas. Ganz einfach. Und da steht, nimm Obsidian und mach ein Moulton Lied da drüber. Aber es funktioniert auch nicht. Ich dreh echt noch durch. Äh. Das will einfach nicht. Das Spiel mag mich nicht mehr. Ah, warte doch. Ah, jetzt, warte jetzt. Ah, jetzt, jetzt, ja, jetzt, ja. Ah, jetzt, ja. Da geht doch. Ja, weißt du, aber ich brauch's ja nicht mehr, weil du mir ja gezeigt hast, dass wir auch anderes System nehmen können. Ich beiß mir jetzt eh, ich weiß nicht wohin. Da, wo es richtig wehtut. Und da wisst ihr schon, wo ich mir reinbeiße. In dem Poppes. Genau. Das tut es mir immer am wenigsten. An die Fußwarze. Es besitzen nicht alle Fußwarzen, Poppy. Nicht? Nein. Ich dachte, das wären Haustiere. Die gemeine Fußwarze. Rudeltiere. Bruder. Nicht Bruder, Rudeltiere. Achso, ja, Bruder. Bruditiere. Bruditiere, ja. Hey, Bruditier. Das ist so traurig, ne? Die ganzen Folgen, die alle auf diesem Kram hier hinausgearbeitet haben, hätte ich mir alle klemmen können, weil ich jetzt einfach... Ihr habt's einfach zerstört. Das ist so bitter. So bitter. Aber warum hast du denn nicht vorher schon gefragt? Aber warum hast du denn nicht vorher schon gefragt? Ja, ich dachte, das wüsste man. Sprich doch mit jemandem, der sich auskennt. Und... Gelbe Seiten. Ich kenn's mir auch nicht aus. Also, ich bin... Ja, danke schön. Ich bin jetzt tief enttäuscht von mir selber. Tief enttäuscht. Tief enttäuscht. Tief enttäuscht. Täuscht. Ich hab gehört, ich kann irgendwo... Gibt's Zeugzeugkisten? Es ist einfach dämlich. Es ist so dämlich, dass es schon wieder lustig ist. Es ist einfach dämlich. Ich ärgere mich. Also, jetzt werde ich bis heute Nacht... Ja? Werd nicht schlafen können deswegen. Oha. Ja? So traurig macht mich das jetzt hier. Ich verbrauche hier tatsächlich so 48 Millionen Stunden, um dieses scheiß Lagersystem zu machen, ne? Ja, nee. Aber es hat jetzt gleich Hand und Fuß. Aber soll ich dir was sagen? Es dauert länger, den Chor zu füllen. Ja, das stimmt. Hast du gemerkt? Es kam erst so ein Tüm, 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 Tüm. Ja, wir sind halt alt. Das darf Flog immer nicht vergessen. Aber gut. Aber weise. Alt und weise sind wir beide. Weiß und alte. Nein, alt und weise. Weißte, alte? Halte, Flog, ey. Haben wir hier einen... Achso, der steht oben drauf. Und was habe ich wieder falsch gemacht? Wo sind denn jetzt die Dinger? Ist das Lagersystem geräumt? Nee, ne? Aber Louis, ey. Aber Louis, du bist alt. Nein, du bist alt. Ach, das macht es auch nicht besser. Wo habe ich denn die Stöpsel jetzt hier hingetan? Mit was füllen wir den Chor eigentlich? Also mit Energie, ja. Wow. Weiß ich. Flocke, mit Energie. Mit eiskalter Energie. 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 Also Flocke, die Idee ist, oder das Ziel ist, mit Creative Cells das nachher zu füllen. Creative Cells, okay. Ja, da müssen wir erstmal hinkommen. Da ist ja kein Problem. Und man ehrwert ausgerechnet, das dauert 10 Millionen Jahre und dann ist es fertig. Das ist ja easy. Ich habe Zeit. Jo, passt schon. Nur Weihnachten ist sie kurz weg. Ansonsten alles gut. Lachen sie sich mal seitlich verfüllen. Lachen sie sich gar nicht verfüllen. Oh, da sind wir schon durch. Weil du ja so schlau bist. Die Itemkabel, die gehen nicht an die Kommission-Cowdrons dran. Ich kann das halt keine Steine reinfüllen. Automatisiert. Warum nicht? Doch, kannst du. Warte, wo bist du? Wie gesagt, nein. Unten im Keller. Kommt hinterher noch? Nein. Was ist denn unten im Keller? Warte. Wir haben einen Keller? Hier, hallo. Nach da, hallo. Ja. Hier, wir haben einen Keller. Seit wann haben wir einen Keller? Ist da Bier drin? Länger. Nein, Bier gibt es hier nicht. So. Warum? Dann gehe ich da nicht rein. Itemkabel. Was? Noch ein Itemkabel. Ja, ich kann die auch nicht sein, ich kann die auch nicht sein. Ja, habe ich noch mal. Ja, das ist, egal wo ich es hinkriege. Ja, das ist, weil du ein Item-Dingen auch nochmal daran machen musst. Habe ich noch mal mal? Das Deutschkabel. Hier steht aber drin, halt, dass da schon Cobblestone drin ist. Also kein Problem eigentlich. Und ich kann sie aber auch nicht hier hinten anschließen. Ha! Lol. Lol. Hast du noch so ein Item, ähm, Item-Extraction-Kabel? Ja. Harte mal so ein. Meinst du, dass ich das extraktieren muss? Aber ich glaube nicht. Eigentlich ja nicht. Nee, guck mal. Warte mal, ich bin gerade am überlegen, wie ich das damals gemacht habe. Vielleicht doch mit Servus. Ich habe mich mit Servus gearbeitet, definitiv nicht. Vielleicht ja doch, habe ich gesagt. Wirklich nicht. Lassen Sie sich denn daran anstehen? Aber nee, das hat ja auch vorher nicht funktioniert. Oder sind diese Cobblestone-Cowdrons gar nicht dazu geeignet, damit automatisch zu automatisieren? Geeicht? Geht das vielleicht nur? Lass mir mal gucken. Mit denen hier. Mit den, ja, mit den, genau. Nee, das sieht man aber auch nicht. Aber das, genau, geht auch nicht. Ähm. Geht das da vielleicht auch? Ja, das ist falsch. Jo. Teil 1 unseres Lagersystems steht. Und ist usable. Wie habe ich das gemacht? Ähm. Also mit Fluid, klar. Zack, das funktioniert. Lava. Ja, ja, das ist, ja, ja, genau. Ich bin gerade überlegen, wie ich den Cobblestone-Gen daran angeschlossen habe. Warte. Ich muss mal ein bisschen was wegwerfen hier, warte mal kurz. Nimm mal. Nehm mal, nehm mal, sammeln mal, pass mal auf drauf auf. Ich habe keinen Platz im Inventar gerade, deswegen. So. So, das Item. Ach nee, ich habe das. Da kann man irgendwelche Verbindungen trennen, wenn die sich irgendwie mit was anderem verbinden bei den Dingern? Ja, mit so einer Dingens, oder? Ja. Koblenstune. Gibt es noch so Item-Dinger? Ja. Oh, ich muss mal kurz meine Taschen leeren. Moment, ist ja schlimm, ey. Ich komme mir vor wie ein Langfinger. Ähm. Gibt es von Cycling? Oh, gibt es wirklich eine eigene Ranch? Zwei Stones. Eines der. Gib mir. Nice. So, dann muss ich nur noch die Kiste mitnehmen. Zack, Kiste gesnackt. Psst. Leise, damit sie es nicht sehen. Bei was willst du von mir? Äh, die Item-Dinger. Äh, ja. Hier. So, auch das hätten wir. Ja, sehr cool. Ähm. Bist du fleißig dabei? Was? Meine Poppy. Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut, alles gut. Bei dir läuft es auch. Läuft alles wie am ersten Tag. Nein, dann lief es ja eher nicht so. Als ich auf die Welt kam, wie am ersten Tag. Achso, okay. Dann lief es auch. Ja, ja. Warst du Läufer, wolltest du irgendwie Bolt einholen? Ja. Okay. Den habe ich sogar eingeholt. So, dann brauche ich jetzt nur noch. Ich brauche Eisen, Eisen. Eisen. Zack. So, dann nehmen wir nochmal den coolen Chess-Bilder. Oh yes. Oh yes. Ja, der ist nice, der Chess-Bilder. Bester Item, beste Idee. So, pass auf. Jetzt können wir ihn ja nicht machen. Dann neun Spalten in zwölf Reihen. So, dann brauchen wir erstmal 18 Chess. Die haben wir locker. Äh, ich brauche aber ein Stack Eisen und vier Clay. Kulö. Louis baut die Schmelze ab. Lalalalalala. Kulö. Denn das funktioniert nicht, wie Onkel Poppy das gebaut hat. Lalalala. Doch. Nein, für Balui funktioniert das so nicht. Das Problem ist, dass die Kabel da dann, dass ich Lava in den, in den, in den Bäng, ausgibt, ist jetzt wirklich, ist Sigi gelöscht. Ach, fuck it. Egal. Ähm. Das war jetzt nicht der Plan. Aber jetzt ist es so passiert. Kann ja auch nicht mehr ändern. Oh, typisch. Jo. Kulava-Anschluss von unten. Alles verlegt. Wut. Jetzt sich irgendwer irgendwas brotiert. Und wird deine Technik schon? Ja, Sigi. Ja. Ja. Was glaubst denn du? Ja, bei Flocki unten, äh, sehe ich 50 Millionen Fragezeichen auf der Stelle. Mal überlegen, wie ich das gemacht habe. Irgendwie habe ich das ja auch, äh, gelöst. Mit Servus. Ich hab nicht mit Servus gebaut. Ich hab wirklich nicht mit Servus gebaut. Also da bin ich mir relativ sicher, weil da hätte ich Arka-Katze befragen müssen. Und das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja komplett selber. Dem Modpack. Also hast du ausprobiert, was da war. Und dann, ähm. Und dann irgendwann hat es funktioniert, ja. Ja, was auch. Aber ich hab ja jetzt hier Tinting. Wir versuchen mal diese hier. Wenn wir eben wissen, ob die sich... Aber auch die lässt sich nicht verbinden. Vielleicht hast du wirklich nicht... Aber... Sie sagt, würde ich auch nicht. Ich verbinden sich alle nicht damit. Muss man vielleicht die Fackeln erst nachträglich setzen oder so. Sind die vielleicht falsch so lange. Arbeiten die so lange nicht richtig oder so. Seid ihr fertig mit dem... Mit der Schmelze? Naja, so halb. Dann... Achso, nutzen kann ich die, ja? Jaja. Jaja. Was macht denn ihr da unten? Wir versuchen, äh... Alims zu verbinden. Kellerkinder. Dass diese blöden... Dinger sich mit Kopfstunden füllen. Voll die Kellerkinder. Gibt's einfach nicht, ne? Unglaublich. Echt bescheuert grad. Wir sind einfach dumm grad irgendwie. Hä? Ich hab jetzt nicht ernsthaft Clay reingeschmissen, ne? Loy. Ich hatte irgend so ein Ding auf dem Kolden drauf. Also so ein... Wie so ein Deckel. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Was das war. Deckel. Das ist... Warte mal. Wie heißt die Mord nochmal? Haben wir Obsidian und Briggs? Wer hat denn die Clock abgebaut? Welcher Held? Ich hab die im Inventar. Brauchst du die sofort? Ne, kannst du haben. Ja? Ja. Und ja, ich weiß, dass ich ein Held bin hier. Oh, geil. Der größte Held der Welt. Danke. Du meinst, da gab's bei zeitlichen Deckel. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich das... Ich weiß nur, wie es aussah. Es sah so aus, dass ich auf dem Kolden hatte ich halt so einen Deckel drauf. Warum braucht das? Das ist keine Suppe. Ja, ich weiß. Nein, das ist... Ja. Zyklik. Zyklik. So, gucken wir doch mal, ob wir Deckel finden. Deckel, 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 Deckel. Nein. Deckel, 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 Deckel. Nein. Weckel, Deckel. Ich geh mal kurz pennen. Wird immer wieder duster. Ja, ja. Jo. Transfer Item Foods und es gibt sogar Bundle Cables. Okay, coole Sache. Okay, Library. Nein, 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 nein. Ich hab die Dinger echt noch nie benutzt, ne? Deckel, Deckel, Deckel. Natürlich ganz... Zyklik ist natürlich viel billiger. Du kannst ja auch einen Packager bauen und so ein Kram. Ja, ja, klar. Oh, nice. Gerade mal was überlegen. Ansonsten packen wir einen Hopper drüber über das Cauldron und eine Kiste auf den Hopper. Was? Mit Cobblestone. Wollen wir mal eine Chess hier? Warte mal kurz. Hast du einen Automated User gemacht? Nee. Den kannst du bauen. Der macht immer Rechtsklick. Das war der nicht. Ja, aber das war der definitiv nicht. Das dauert ja viel zu lange. Warte mal. Das war ein bisschen witzig. Was geht mit ihm? Er muss auch erst noch brutzeln. Lol. Doch, die blöde Frackel da. Wir können ja sogar Wireless-Items transportieren mit Cycling. Was zum Geier. Ich kann alles mit Cycling machen. Cycling ist eine geile Mod. Ja, wusste ich nicht, dass sie so krass ist. So, dann brauchen wir nur noch... Hast du schon gemacht? Hast du gemacht? Und dann brauchen wir noch Sticks. Okay, das mit dem Hopper funktioniert übrigens auch nicht. Na, immerhin, ne? Aber die Idee war nicht schlecht. Die Idee war schon mal super. Immerhin. Welche Farbe sollen denn die Kisten haben? Gibt's sowas? Das ist mir sowas von ideal. Ich baue jetzt erstmal das wichtigste Item überhaupt. Was ich gerade entdeckt habe. Okay, Genas. Macht euch bereit. So, Freunde. Wir kennen alle die normale Chest. Ne? Haben wir noch immer normale Chest? Yay. Oh, oh. Alarm. Alarm. Das ist eine Klingel. Alarm. Ding dong. Wir gucken eine Doppelkiste. Wir sehen, wie groß eine Doppelkiste ist vom Inhalt her. Pass auf. Jetzt gucken wir uns diese Large Chest an. Die im Übrigen pink ist. Bam, Alter. Der ganze Bildschirm voll. Richtig gut, Alter. So. Die beste Lichter ist mit Bruder. Also eigentlich sollte das mit einem Hopper funktionieren. Vielleicht geht das mit einem Holzhopper nicht. Ich habe keine Ahnung. Mit Holz? Das muss eigentlich mit dem Holzhopper funktionieren. Warte mal. Was für ein Cauldron gibt es denn noch? Cauldron. So, und da würde ich natürlich gerne noch ein paar mehr von machen. Aber das mache ich alles entweder im Stream am Wochenende oder in irgendeiner Folge bereite ich nochmal vor. Mal gucken. Aber ich glaube, das machen wir im Stream. Im Stream bereiten wir nochmal so ein bisschen hier die ganzen Kisten vor. Wie? Haben wir hier unten einen Crafting Tail? Ne, ey, das gibt es ja gar nicht. Wo ist denn hier unser... Das fühlt sich, als wenn diese Rezepte nicht funktionieren, ne? Oder die Funktionen nicht funktionieren. Hä? Hat nicht irgendjemand gerade Cleanstone gemacht? Habt ihr das alles schon wieder geklaut? Ja, ich habe das im Inventar. Ich habe hier jetzt einen normalen Hopper gebaut. Kannst du ein Cleanstone-Coldern mal nehmen? Aber das interessiert halt auch gar nichts. Okay, Cleanstone mache ich. So, haben wir sie mit angeschlossen. Und wir machen da noch ein normales Kabel dran. Achso, im Übrigen, in einer von meinen Kommentaren wurde geschrieben, dass wir an den Filling-Kabinetts die Einstellungen noch vornehmen sollten an den Link-Cablen. Dabei ist es, glaube ich, egal, was wir machen, solange wir die Filling-Kabinetts immer niedriger sind als die Chests im Endeffekt. Das heißt also, die Priorität einstellen. Smaller goes first. Das heißt, alles, was niedriger ist, ist automatisch die bevorzugte Kiste. Und deswegen werde ich die ganzen Kisten einfach auf 9 stellen. So habe ich mir das mal überlegt. So sind die Kisten definitiv über alles. Und somit wird alles, was nicht irgendwo anders reinpasst, dann später in die Kiste reingeballert. Und somit haben wir Platz für anderes Gedöns, was man eben nicht mehr braucht. Und deswegen haben wir jetzt erstmal genug Ablagefläche. Ich mache nochmal ein Item-Kabel. Geilu! Achso, ich brauche nochmal Dirt. Danke. Das ärgert mich gerade richtig. Das fuckt mich richtig ab, dass ich nicht mehr weiß, wie das funktioniert, ne? Das macht nichts. Doch, das macht was. Ich einfach dumm bin. So, ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Pass auf, Flocke, weißt du was? Wir machen jetzt hier Ende. Du versuchst das nochmal rauszufinden. Erinnere dich. Ich werde die Folgen nicht hochladen. Blamier dich nicht zu sehr. Schneid das raus. Merkt keiner. So, fünf Minuten Folge. Vielleicht haben die Leute ja eine Ahnung, was wir da falsch machen. Schreibt es mal in den Kopf. Ich gehe mal in den Keller. Hallo! Das war dein Todesurteil. Ja, ist nicht schlimm. Poppy, dann moderieren wir die tolle Folge ab. Warum machten ihr hier drunter keine Lava? Weil das mit fucking Instant ist, mit Lava nicht. Ach, echt? Ja. Okay. Gut, das wusste ich nicht. Das wäre mir jetzt gleich. Gut, Freunde, dann würde ich, ohne Witz, das wusste ich echt nicht, dass das möglich ist. Also mit Fackeln kenne ich natürlich auch. Ich schreibe das mal in die Konfi, Flocke. Weißt du, ich verstehe es halt auch nicht. Das muss eigentlich funktionieren. Auch das Wasser oben draufsetzen. Keine Ahnung, ob das alles hier nicht geht. Aua! Ich habe Aua. Kann mich mal einer löschen? Ich denke mal, dass man da reinpasst. Anna, was ist das denn? Hä, man passt da nicht rein. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Jemand mal da, wo es warm ist. Nicht hauen, ich bin gleich tot. Ja, das ist eine schöne Abmoderation. Ja, das willst du auch, ne? Siehst du, Flocke ist auch drin. Hau ab, du bist heiß. Ja, Flocke, dann Quatsch. Poppy, dann Ende gelandet. Genau, ich lasse die beiden da unten einfach so stehen. Gut, wer sehen möchte, welcher Chaos eingerichtet wurde bei Flocke und bei Louis, dann bitte einmal schauen auf den beiden Kanälen. Wer wissen möchte, wie das Ganze funktioniert mit dem Simply Storage System, der kann bei mir gerne mal draufschauen. Das habe ich nämlich gemacht. Und dann wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir Wertung da oder auch ein Abo. Und am Wochenende ist ein Stream. Dann machen wir den ganzen Hotze dann komplett fertig. Und dann ist der Kern auch gefüllt am Montag. Und dann steht das schon. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Bis bald. Bis bald.